Ich muss wahrscheinlich den Weg wieder für meine kleine Freundin hier, äh, nun ja, fertig machen, sag ich jetzt mal einfach mal, irgendwie Wasser ausmachen oder aus dem, aus der Schrägen eine Treppe machen. Ja, wieso denn nicht? Zick. Und dann hier fallen lassen. Wunderbar, excellent. Okay. Ein Schalter. Aber wenn ich da noch nicht durch will und Wanda, ach, Yorda. Ach, ich komme nicht ganz durcheinander mit dem Namen hier. Yorda, Wanda, Aiko, Aiko der Schnösel. Da geht man ja total fettig hier. Okay. Wääh. Oh, bloß nicht runterfallen. Was ist denn da? Ach, Bänder. Bänder, Seile, die ich durchschnübbeln kann. Na, springen und schlagen. Ah, das klappt so noch nicht. So, guckt euch das an. Meisterwerk. Zick. Ja, richtig gut hier in dem Spiel. In dem Spielchen. Wow, ich dachte, ich fall jetzt komplett drunter. Was denn jetzt? Hä? Was denn? What happened? Hoch. Ja. Das war sehr, sehr dumm. So, Freunde, jetzt geht es weiter mit Let's Play Alco. Und, ähm, hier, wo ich die Brücke runtergegessen habe, an der Stelle, hier ist eine Tür. Dann gehen wir mal rein. Und, ähm, wir müssen jetzt dieses Hebel hier betätigen. Zick. Dann geht das Wasser unten weg. Und wir können diese Schräge... ...hinauf. Ohne, dass wir runterrutschen. Ist das nicht wunder, 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 wunderschön? Und da ist sie auch schon. Na, komm hoch. Tada. Wunderbar. Na. Oh, komm. Heh. Zick. Hör mal, die Brücke. Die... ...die wir runtergelassen haben. Meine Güte, zappel nicht so rum, jung. Und hier sind wir ja letztes Mal runtergestürzt. Was? What the hell is this? Weißt du das, Yorda? Letztes Mal, wo ich hier war, war das noch nicht, oder? Heh. Ich glaube, das ist echt Yorda, aber auch das für mich. Das war sehr, sehr nett von ihr. Tschung. Sesam, öffne dich. Cool. Hebel. Aha. Ich darf jetzt Feuer machen. Na, komm. Hm. Hm-hm. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn in der Eingangshalle? Jo. Okay, müssen wir mal den Stock nehmen hier. Schwert nehmen wir gleich wieder mit. Kein Ding. Kein Ding. Der King mit dem Ding. Okay. Anzünden. Anzünden. Zick. Zick. Oh mein Gott! Was habe ich getan? Okay. Oh, der Ram... Oh, jetzt funktioniert der Reflektor. Okay. Lichtstrahl. Irgendwas bewirkt er. Aha. Okay. 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 Und dann aber... Die KI meiner kleinen Freundin ist nicht besonders hoch. So. Okay. Östliche Arena. Überschreiben. Jawollski. Und wir sind immer noch im östlichen Arena. Und ich mach hier ne kurzen Schnett. Bis gleich.